Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Oh yeah, wir sind glaube ich noch immer in Kapitel 11 und müssen den letzten Talisman finden. So, obendrein wäre es nicht so schlecht, die nächste Rolle Schrift zu finden. Die irgendwo hier sein sollte. Hä? Ich dachte, die wäre hier irgendwie. Oh, ich bin ja aufgedeckt. Lass die Brücke herab, müssen wir auch machen. Mhm. Aha, okay, warte. Halt. Gut. Ich meine, das war natürlich jetzt mit Absicht. Nochmal die Pfeife. 30 Meter und 38 Meter, okay. Also irgendwie immer da drüben, drüben. Baumschatten. Bandschatten. Haus, können wir rauf? No. Okay. Da drüben ist witzigerweise gar nichts. 28. Alles irgendwie da hinten. Boah. Boah, ist das schlimm. Ich sehe jetzt nicht. 26. Da oben irgendwas, ne? Oh. Sind da viele Gegner. Scheiße. So, also wie jetzt? Wir haben... Vor uns ist eine Rolle Schrift. Oh mein Gott. Zuerst muss aber dieser Bogenschütz da mal weg. Ein Bogenschütz. Wow, ich hoffe das geht. Na, geht nicht der untere. Steckt Alarm. Das Licht. Verkacktes Scheißlicht. Ja, ja. Vergiss es. Checkpoint. Okay, der untere muss weg. Der untere muss weg. Ich muss leider ein bisschen morden. Morden und Blut vergessen. Geht leider nicht anders. Äh, jo. Juhu. Hupf. Das perfekte Durchspielen überlasse ich euch. Ja? Mach mal so. Das ist doch mal ein netter Deal, oder? Das ist ein sehr netter Deal. Ich bin voll dafür. Ihr könnt das nämlich. Äh, würdest du dich verstecken erstens und zweitens mal da hoch, du Depp? Gibt's ja net. So. So. Mein Bauch knurrt auch da fröhlich vor sich hin. Ey, Zocki. Gib mir was zu essen. Na, es gibt jetzt nix. Doch, ich will aber. Mann, ey. Ja. Auch Bauch ist von Zocki Braut. Haben Hunger. Das wäre echt cool, wenn ich den wieder so ermorden könnte. Hü, hüpf. Aber dann zieht mich der gerade da unten wieder, ne? Komm, man kann nicht hier rauf. Nicht zurecht, ne? Boah. Jetzt geht er wieder weg. Alter, der ist bewacht wie in... Keine Ahnung. Da ist noch so einer. Kannst du nicht? Nein, er kann nicht. Jaja, Entdeckung. Jaja. So, Lichtlein, das Lichtlein komme. La 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 la. Hui. Das ist echt sauschwer. Ich komme da nicht rauf, ne? Ich kann machen, was ich will. Ich komme da nicht rauf zu dem Arsch. Himmelszeiten, ey. Komm, jetzt hüpf rauf. Aragami. Das kann nicht sein, dass du so ein Krüppel bist heute. Echt. So bewegungsunfähig, das ist ja nicht normal. So. Nochmal. Du bist ja noch kein... Du bist ja noch nicht im Rollstuhl oder so. Du kannst doch wohl deine Hüften schwingen. Das geht doch. Das kann man doch wohl verlangen. So. Rauf da. Na. Und da heißt es immer, wir Frauen sind stur. Mhm. Da habt ihr noch kein Aragami erlebt, meine Lieben. Na, na, na. Will ich den da oben jetzt umbringen? Mal angenommen. Ich kriege das hin. Wo ich mir in keinster Weise sicher bin. Bestückt noch näher ran. Vielleicht kann ich ihn ja von... Da unten aus wieder... Ermorden. Der sieht mir jetzt aber nicht ernsthaft. Ich glaube, mich trifft das gar nicht mal der Schlag. Du blöder Hund. Echt, ey. Blinde Saar noch. Lol. Naja. Ich glaube, ich bin hier sowieso verkehrt, ne? Ja, ja. Ist schon gut. Ich bin hier das letzte Mal. Hü, hüpf. Hü, hüpf. Da rein, ne? So. Wow, jetzt hab ich wieder mal nur Glück gehabt. So. Jetzt stellen wir mal da. Ach, du Heilige. Und ich weiß nicht so recht weiter. Vielleicht hier ist so rauf. auf das Dach probieren. Probieren. Vielleicht so. Na los, du kannst das. So, aufpassen, wo geht er hin? Und weg mit ihm. Wo sind wir da, wo hab ich mich jetzt hingeglitscht? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, ich hab grad einen Vollscheiß gemacht. Ich hab mich grad irgendwo hingeglitscht. Keine Ahnung, wie das jetzt passieren hat können. Ach, komm. Na, heute ist glaub ich nicht so mein Tag. Fürchte ich. Ich hab mich jetzt irgendwie unter die Treppe glitschen können. Ah, warte, 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 warte. Nicht geglitscht, nicht geglitscht. Ich bin rausgekommen. Puh. Hui. Ach, du Heilige. Alter. Dann muss der leider auch abnippeln. Wow. Gut. Ist gut. So, Schatten. Schatten ist auch gut. Und das Wüstel da drüben hat mich entdeckt, ne? So ein Kunai-Wurf wäre jetzt auch nicht schlecht. Der hat mich gesehen, der hat uns gesehen, der hat uns gesehen, der hat uns gesehen. Mach ihn weg. Jetzt geht's. Hoffe ich mal. Dass wir den jetzt umhauen können. Puh. Oh, der ist runtergefallen. Das ist ganz schlecht. So. Der erste ist mal weg. Alter, ich bin grad voll konzentriert. Entschuldigung. Dass ich gar nichts mehr quatsche. Es tut mir sehr leid. Puh. Aber da gehen halt auch die Nerven mit der Zocchi durch. Gut. Nächste Rolleschrift. Da oben haben wir mal was. Da oben auf der Brücke. Das heißt, ich muss wieder da rauf. Das ist super. Das hab ich wieder ganz fein gemacht. Brafe Zocchi. Hü 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 h Holzdingens. Mit ein bisserli Glück können wir den Kradler ausweichen. Alter. Was haben wir da? Ah, die Zugbrücke. Und das klappt. Ich nehme stark an, dass es geklappt hat. Okay. Next one. Wo sind die lästlichen... Infiltriere die Pagode. Jo, machen wir gleich. Aha, da sind nur mehr Schreine, wie es mir scheint. Bist du weg? Ja. Erstmal weg. Bist du bescheuert, Aragami? Ja, ist er. Er ist ein Arschloch. So, jetzt wissen wir es alle. Du blöder Hund, echt. Mann, ey. Jetzt kann ich den Schmarrn nochmal machen. Scheiß Brücke Zug. Oh Mann, ey. Aragami. Wieso tust du das? Weil er es kann, ich weiß. Weil er es kann. Wahre Worte. Weil er es kann. Jetzt muss er weg. Weg! Du Schlafhaube. Ich habe gewusst, dass es mir einmal passieren wird. Ich habe es gewusst. Ach Mann, es ist halt echt nicht... Es ist schon wieder nicht mein Tag heute. Ach, komm, jetzt hüpf rüber da. Oder ich kündige dich. Ich schwöre es, ich kündige dich. Die Jammiko gleich dazu. Also, ich kündige dich. Und tschüss. Basta ist erledigt. Als nächstes kommt dieser Kack-Bogenschütze. Komm. Wow. Das ist gefährlich, ne? Wenn der Gratler da unten geht. Der könnte es mitkriegen. Vielleicht? Oh. Nein, ich habe kein Glück, ne? Der kriegt es mit. Fällt der Dreckskerl nicht runter? Alter. Arschkopf. Bist du gescheit? Geh weiter. Bitte. Den werde ich sich jetzt halber nicht umbringen. Schön verstecken. Und warten. Mann, ey. Spannend ist es ja schon ein bisschen. Also für mich halt. Na, mach. Komm. Bitte. Passt. So. Wir verstecken uns wieder. Wie es ist gehört. Können wir uns theoretisch hier oben... Nö, ne? Na. Wissen sollten wir auch. Da oben geht es... Wow. Da oben geht es auch nicht zurecht. Aber hier oben geht es. Super. Hier oben geht es, dass ich in den Tod stürze. So. Ist hier mal nicht schlecht. Hm. Das Doofe ist jetzt nur... Dass ich wahrscheinlich den Gratler da ausschalten muss. Oh! Ich glaube, das war jetzt nur Glück. Bist du deppert. Nur Glück. Reines Glück. Alter Schwede. Uiuiuiui. 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 Mehr sage ich nicht dazu. Echt. Alter Schwede. War das jetzt ein Glück. So. Jetzt müssen wir es irgendwie nur noch auf die andere Seite schaffen. Wie gesagt, irgendwie... Wie gesagt, irgendwie... Puh. Es sind gleich zwei. Der dritte ist da. Auf den Kerl da jetzt warten. Alter. Das schaffe ich eh nicht. Das schaffe ich eh nicht. Na, ne? Die sind ja alle weg. Blenden und durchschummeln. Kunai. Ich denke, mit dem hier, ne? Falle und so. Dass die geblendet sind. Und dass ich dann weiter kann. Ach komm. Die Kamera hat's heute irgendwie was. Die verreist's. Ein paar Mal. Oje. Der kommt jetzt echt her. Ja, komm. Lad auf. Blöder Schatten. Jetzt kommt der andere Gratler, oder? Na, Glück gehabt. Au Mann, ey. Ist das schwer. Von da oben kommst du nämlich nicht weiter. Das zieht mir am allermeisten an. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der eine Hund ist. Echt. Ah je, Madonna. La, 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 la. Ah, ist ja grad da. Uiuiuiui. Ja, los komm. Jetzt tatscht er nicht weiter, ne? Boah. Obwohl. Endlich. Bombschitz hat nichts mitgekriegt. Das ist sehr gut. Sehr gut. Was war das? Nichts war. Boah. Es geht echt einen Weg rauf. Das ist glaube ich keine gute Idee. Was? Voll buggy ey. Das kann ich gar nicht anders mehr bezeichnen. Stehst seitlich, nimmern nicht. Nö. Keinen Bock. Alter. Aragami, du kostest mir noch Nerven. Bitte. Bitte. Zu spät. Komm, geh weiter, du Arsch. Jetzt. Passt. Alter, jede Runde ist anders. , du hast gemischt. check that. Oder? Loser. תי muuters? Das lief sonderbarerweise gut. So, Brückezug ist wieder runter, runter, unten, drunten, so, ah, scheiße, den Gratler da muss ich noch umhauen. Ich hab was gehört, du spinnst ja, weg mit ihm, ganz, ganz schnell weg mit ihm, husch. Ja, der Gratler da, ne. Am besten wär echt, ich hab aber keine Falle mehr. Ach, ich weiß selber nicht, wie ich tun soll, ob ich den umbringen soll, oder nicht? Was? Haben wir noch? Ach, der ist, okay, der lässt es nicht zu. Mhm. Schade, ich hab gedacht, der geht auch mit hin. Ach, da ist halt die Falle heute schon kalt, ne. Ach, da ist halt die Falle heute schon kalt, ne. Dann hau ich noch weg. So. Halleluja. So. Weg ist er. Den einen da drüben mit dem Kunai umhauen, wär auch kein Sch... Uah! Pfff, alter Zocki, Spitz da. Ja, tue ich gar nix dafür. Ach so. Ach so. Ach so ist das. Ach, ich hasse Kunai. Ich dachte, der wär jetzt weit genug weg und das krieg ich hin. Nix da. Mai ist das scheiße. Okay, kein Kunai mehr einsetzen. Erst dann, wenn's fertig geskillt ist. Der Watschka. Na supi. Bravo. Mann ey, nix erreicht heute. Hahaha. Wie bitter. Boah, das ärgert mich grad. Mann ey. Huah! Ja, scheiße gelaufen. Ich glaub, ich träume. Ich glaub, ich träume. Ich glaub, ich träume. Streng gesehen, müsste ich den Bart hier wegschmeißen. Echt? Puh. Tja. Soweit waren wir doch schon mal, ne? Wieso bist du so laut beim Verrecken? Mann ey. Also das Kunai, das nehm ich lieber nimmer. Also das ist Kacka. Das vielleicht noch eher. Passt. Gut, lieber nicht. Hast du recht. Lieber nicht. Denn einen will ich noch machen. Inklusive. Die Winde eben da oben. Und da muss ich echt schauen. Ich hab keine Ahnung. Wieso kann man von hier aus nicht rüberspringen. Das ist mir ein komplettes Rätsel. Das müsste doch so easy cheesy gehen. Hier so. Und dann einfach zack rüber hüpfen. Näh. Geht halt nicht. Kann ich aufstehen? Ich glaube. Na gut. Ich muss den Part leider beenden. Ihr Lieben. Es tut mir sehr leid, dass heute gar nichts weiter gegangen ist. Wir haben wenigstens die Winde gefunden. Mehrmals. Ja. Es ist etwas schwierig. Milde ausgedrückt. Na gut ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören. Fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem weit das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.